Hey Friends, ein sehr guter Freund von mir hat bald Geburtstag und immer wenn ich ihn gefragt habe, was er sich gerne wünschen würde, hat er immer gesagt, dass er sich ein Bild von mir wünscht. Aber das ist eigentlich somit für mich das Schwierigste zu schenken, weil es auf der einen Seite natürlich mega viel Aufwand ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwie mein Job. Und gerade weil ich weiß, dass er damit am wenigsten rechnen wird, habe ich mich dazu entschieden, ihm doch etwas zum Geburtstag zu malen. Und bei ihm hatte ich auch direkt eine Idee und zwar ist er schon seit Jahren ein großer Autofan und eine Marke liebt er dabei ganz besonders. Und weil seine Lieblingsbilder von mir immer die goldenen mit den Tropfen waren, dachte ich mir, male ich ihm zuliebe nochmal eins in diesem älteren Stil von mir. Umgesetzt habe ich das alles auf eine Leinbar mit dem Maßen 60x80 und ich bin so gespannt, wie er reagieren wird. Lasst mich gerne eure Meinung wissen und macht das bloß weg.